Seit knapp 6 Jahren gibt es Beef zwischen Animus und Manuelsen. Doch ein Ende ist nicht in Sicht. Die neueste Podcast-Folge sorgt nun für eine neue Eskalation. Obwohl Manuelsen Ruhe bewahrt, stichelt Animus immer wieder. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, so wie auf Instagram Rap Check. Dass die beiden eines Tages solche Feinde werden, konnte keiner ahnen. Jahrelang waren sie zusammen unterwegs und haben Musik gemacht. Doch aus Label-Kollegen werden die schlimmsten Feinde. Noch dramatischer wird es, als Animus Bushido die Hand reicht und sie gemeinsam gegen Manuelsen sticheln. Damit ist dann nicht mehr zu spaßen. Seitdem eskaliert die Lage zwischen den beiden regelmäßig. Doch wer gut aufgepasst hat, wird wohl gesehen haben, dass seit mindestens einem Jahr Manuelsen keine Ansagen mehr in seine Richtung gedroppt hat. Auch keinen Beef von sich aus gestartet hat. Es waren meistens Reaktionen auf das, was Animus getan hat. Nach über sechs Jahren verliert auch Manuelsen die Lust an diesem Beef. Während der Rapper, der aktuell in Dubai lebt, regelmäßig in seinem Podcast oder in der Fragerunde gegen seinen alten Rap-Kumpel feuert. Hier spricht übrigens der Roboter darüber und hat eine letzte Nachricht parat. Hört es euch an. Meine Freunde, ich sitze hier bei meinem täglichen Schein, auf Genüsslich, auf Sonntag-Modus. Helm ist da, Motorrad ist da, das Wetter ist schön, wir fahren ein bisschen. Ich möchte euer Augenmerk auf den neuen Animus-Podcast richten. Der sagte, Assalamu alaikum, der wieder einmal, jetzt seit sechs Jahren, wieder eine Podcast-Folge erzählt hat und wieder das Gleiche erzählt hat. Immer wieder das Gleiche. Geht bitte da drauf. Hört euch das an. Und dann sagt mir bitte, dass ich falsch denke. Er hat wieder das Gleiche erzählt. Und wieder, und wieder, und wieder. Und dass ich jetzt moralische Unterstützung von einem Zuhälter bekommen habe. Erstens soll er das erstmal beweisen. Und zweitens ist das die gleiche moralische Unterstützung, die er brauchte, weil er sich nicht alleine zu Flair getraut hat. Allerdings muss man eine Sache beachten. Das ist nämlich, dass ich davon nicht immer rede. Wenn man sich jetzt heute entscheidet, dass sein altes Ich zurückkommen sollte, dann sollte man die Brücke dahin nicht verbrennen. Seine ist leider verbrannt. Deswegen, egal wie hart du den Weg auf dich nimmst, wo du wie sehr du versuchst, am Ziel anzukommen, du wirst nicht ankommen, weil die Brücke dahin verbrannt ist, zu dem alten Ich. Das ist ein Problem, was ich nicht habe. Ich kann versuchen, jemand Neues zu werden. Ich kann streben nach etwas Neuem, nach etwas Besserem. Aber ich kann auch wieder zurück zu meinem alten Ich oder zu etwas ganz anderem. Mir sind alle Wege offen, weil ich habe die Brücken nicht verbrannt. Das ist das, wovon ich immer rede. Aber schade, dass du jetzt drauf kommst. Deswegen, es ist immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Hört euch das an und dann sagt ihr mir, ja, sagt ihr mir, ob euch das nicht langsam langweilt oder ob ihr jetzt irgendwas gehört habt, was ihr noch nicht kanntet, was noch nicht aus seinem Mund gekommen ist. Hört euch das selber an. Ja? Gebt euch das. Er braucht das Leben in Dubai. Es ist teuer. Aber egal. Gebt euch den Podcast. Klickt drauf und macht und tut. Hört euch das an. Und dann erzählt ihm, gibt ihm mal eine Berichterstattung. Ob ihr da irgendwas Neues gehört habt, was ihr noch nicht gehört habt. Macht das mal. Okay. Zumal er wohl auch gesagt haben soll, dass er einfach nur in Dubai lebt, weil er sein Leben chillen will und weil er Musik machen will. Nun ja. Das ist legitim. Aber ich kann mein Leben auch hier chillen und hier Musik machen. Hallo. Ich finde den Fehler in der Sache. Und zumal soll er auch gesagt haben, nicht, dass der alte Animus wieder rauskommt. Meines Erachtens nach soll er rauskommen. Yola. Besser der alte als der neue. An die Rap Check Community. Jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Wie findet ihr das Statement von Manuelsen und glaubt ihr, dass Animus ein wenig zu weit geht? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.